Beschreibe dich in fünf Worten. Hi, ich bin der Fabi. Ich bin nett, lustig, ein bisschen klein, aber dafür kann man mit mir Pferde stehlen und gut Kirschen essen und Schokolade und Maultaschen. Bin lustig. Darf man jetzt nur Positives sagen oder kann man auch Negatives sagen? Beides? Okay. Also, ist immer blöd, das von sich selber zu sagen, aber ich glaube, witzig wird vielleicht ganz gut passen. Nachdenklich, manchmal auch ein bisschen zickig. An der einen oder anderen Stelle Stimmungsschwankungen vielleicht und auf jeden Fall gemütlich. Ich bin eine geile Sau. Caring, laut, loyal, sehr direkt. Absoluter Familienmensch. Diszipliniert, empathisch, kommunikativ, sensibel und neugierig.